So, hier ist einmal der... Simon RT, Moin Moin. Was geht ab? Wir sind ja gerade im Miniatur in der Land. Wir schauen uns das alles an. Viel Spaß, viel Spaß dabei. Wir machen gerade ein Video. Und hier... Seht ihr den Thorsten? Ich mach nur ganz kurz und kann mich auch hier wegschneiden. Okay, egal. Thorsten ist auch dabei und Nanet ist dabei. Ich mach immer so rum. Und hier seht ihr jetzt das vom Miniatur in der Land. Also, das mit der Bahn. Ja. Ich seh die ganzen Züge... ...fahren. Oh, fahr drücken, ne? Ja, drücken. Ja, okay. Wie kann der Monster gehen so machen? Wie schwer das ist? Ja. Warte. Der Puls. Der hat jetzt auch noch ein bisschen was, aber nicht ganz so viel. Ja. Oh, ich steh da mal mit ran hier. Das ist die Schweiz. Das ist die Botschaft. Ich weiß nicht. Ja, bestimmt. Die Opa kann sich ja mal drücken. Ich weiß nicht. Die Weiche ist ja wie umgespringen oder was. Ich geh mal kurz weiter gucken, hier. Nochmal so ein bisschen was. Warte, ob du einmal das kommt, ob du rückst. Du hörst es wieder wie in der Steinzeit, Feuertin machen. Ja. Sag mal. Früher. Ja. Dann mach ich das so und ich geh jetzt ja nur das hier zu filmen und dann bin ich einfach bei meiner Kopf mal gucken, ob ich ein bisschen mehr hochkomme. Warte. Kleines Video machen hier. Aha. Ich dachte mir dann helfen von einem Beteiligten oder Reflektors, wenn einer herkommt. nur so halten, dass ich dann die Videos so machen kann ja. Und dann hab ich das nachher. Kann ich das nachher auch sagen. Die muss Gutes auch löschen, ne? Mein Schatz, hier findest du es jetzt im ersten Moment so für dich? Guck mal, das Tweety. Da vorne. Ist richtig. Ist richtig. Ich meine, das scheint das super, ne? Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte es dir mal ran suchen. Ja, warte. Oh, jetzt hast du das. Wo wolltest du gerne haben? Kriegt er auch. Gucken. Oh, scheiße. Hier sieht auch noch ein bisschen was. Ist das ne? Warte. Warte. dominateer Sound. Kalbi. Lede 1. Ja. Woann lassen diese Hiesen los? Gucken, was in der Raus Kann man auch nicht hier drücken? Oh, Opa! Ich glaube, ich soll dich gleich machen. Hast du euch ausgetrunken? Opa? Du kannst auch gleich noch anders drücken. Ich brauche gleich mal deine Hände beim Hände.